Andrea Görlitz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Mit sieben Jahren begann Andreas Görlitz beim TSV Rottlech mit dem Fußballspielen und wechselte mit 14 Jahren in die Jugendabteilung des TSV 1860. München Mit 18 Jahren gehörte er der Amateurmannschaft an, für die er ab der Saison 2001 als Abwehrspieler siebenmal in der Regionalliga Süd. Erstmals am 14. April 2001 bei der 0 zu 2 Auswärtsniederlage gegen den VfR Mannheim spielte. Am 26. Mai 2001 gelang ihm mit der zwischenzeitlichen 2 zu 1 Führung bei der 2 zu 3 Niederlage im Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen sein erstes Tor. Im Seniorenbereich Ab der Saison 2001-02 gehörte er dem Bundesliga-Kader des TSV 1860 München an. Für den am 10. Februar 2002 bei der 1 zu 2 Niederlage im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg, auch als Mittelfeldspieler, sein Debüt gab. Sein einziges Bundesliga-Tor erzielte er am 27. März 2004 beim 3 zu 0 Sieg im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt mit dem Treffer zum 1 zu 0 in der 9. Minute. Durch den Abstieg seines Vereins in die 2. Bundesliga wechselte er zur Saison 2004-05 zum FC Bayern München. Der am 3. November 2004 im Champions-League-Gruppenspiel gegen Juventus Turin erlittene Kreuzbandriss und weitere Verletzungen zwangen Görlitz zu. Einer fast zwei Jahre währenden Spielpause. Am 24. September 2006 kehrte Görlitz für 79 Minuten beim 1 zu 1 Unentschieden des FC Bayern München 2 im Heimspiel gegen den Karlsruher SC 2. Zurück in den Spielbetrieb. Die Teilnahme am Dubai Cup, einem Turnier zur Vorbereitung auf die Rückrunde, verschaffte Görlitz weitere Spielpraxis. Dabei erzielte er im Spiel um den dritten Platz beim 4 zu 3 Sieg über Olympique Marseille den Siegtreffer in der 90. Minute und sein erstes Turn nach seiner Verletzungspause. Am 11. Februar 2007 wurde Görlitz beim 1 zu 0 Sieg im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld für Andreas Ottl in der 63. Minute eingewechselt und kehrte. Damit nach 830 Tagen in die Bundesliga zurück. Zur Saison 2007-08 wurde Görlitz über ein Leihgeschäft an den Bundesliga-Aufsteiger Karlsruher SC abgegeben. Am Ende dieser Spielzeit verständigten sich beide Vereine auf eine Verlängerung der Ausleihe um ein weiteres Jahr. In den beiden Spielzeiten, in denen Görlitz 49 Spiele bestritt, gehörte er zum Stamm. Zur Saison 2019 kehrte Görlitz zum FC Bayern München zurück und fiel ab November aufgrund einer Phasenverletzung für den Rest der Hinrunde aus. Er kam in der gesamten Saison weder in der Bundesliga noch in der Champions League zum Einsatz und wurde im DFB-Pokal einmal eingewechselt. Für die zweite Mannschaft bestritt er lediglich vier Drittligaspiele. Görlitz auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, womit er den Verein verließ. Zur Saison 2010-11 wechselte er daraufhin zum Zweitliga-Aufsteiger FC Ngoalstadt 04, bei dem er einen bis 2012 gültigen Vertrag unterschrieb. Der im Mai 2012 um ein Jahr verlängert wurde. Am 13. August 2010 gab er in der ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal, beim 2-0-Sieg im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Sein Debüt für den FC Ngoalstadt 04, Görlitz-Vertrag beim FC Ngoalstadt 04, endete mit Saisonende 2012 Dreizehntel und wurde nicht verlängert. Nach gut einem halben Jahr ohne Verein unterschrieb Görlitz im März 2014 einen Vertrag bei den San Jose Earthquakes in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer. Sein Debüt gab er am 19. April 2014 beim torlosen Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Colorado Rapids über 90 Minuten. Am Saisonende beendete er seine Karriere. Nachdem Görlitz bereits an der U16-Europameisterschaft 1999 in Tschechien und der U17-Weltmeisterschaft 1999 im Neuseeland teilgenommen hatte, gab er am 29. August 2001 sein Debüt in der U20-Nationalmannschaft beim 1-zu-1 Unentschieden in der Schweiz. Es folgten die Spiele gegen die Auswahl der Niederlande und gegen die Auswahl Italiens so wie sein letztes am 16. April 2002 bei der 1-zu-2-Niederlage gegen die Auswahl der Schweiz in Pfohlendorf. Am 19. August 2003 gab er seinen Einstand in der U21-Auswahl, die in Moskau mit 1-zu-2 gegen die russische Auswahl verlor. Sein letztes Spiel bestritt er am 2. Juni 2004 in Mainz bei der 1-zu-2-Niederlage gegen die Auswahl Portugals. Görlitz nahm an der U21-Europameisterschaft 2004 in Deutschland teil und kam in den drei Gruppenspielen zum Einsatz. Am 8. September 2004 debütierte er mit der Einwechslung für Andreas Hinkel in der 87. Minute in der A-Nationalmannschaft, die im Olympiastadion Berlin ein 1-zu-1 Unentschieden im Testländerspiel gegen die Pselekau erzielte. Das Testländerspiel am 9. Oktober 2004 in Teheran beim 2-zu-Null-Sieg gegen die Auswahl des Iran war für ihn das zweite und zugleich letzte Alländerspiel, aber das erste über 90 Minuten. Erfolge Deutscher Meister 2005-2006 Sternchen, 2010 Sternchen DFB-Pokal DFL-Liga-Pokal DFB-Junioren-Vereins-Pokal Dritter der U16-Europameisterschaft 1999 Sonstiges In der Verletzungspause wegen seines Kreuzbandrisses brachte Andreas Görlitz sich das Gitarrespielen bei und gründete später mit seinem Bruder Markus Görlitz sowie den Freunden Manuel Riesemann, Temrin Demir-Bullard und Michael Katzel die Rockband Ruhm 77 Am 23. November 2009 veröffentlichte die Band ihr erstes Album Atom. Die erste Single-Auskopplung Hob erschien am 21. Dezember 2009 Der gesamte Erlös kommt dem SOS-Kinderdorf Ammersee zugute. Auch mit einem selbst veranstalteten Rock-Festival am Seehäusel in Rott am Lech unterstützen Görlitz und die Band das SOS-Kinderdorf.